Hallo liebe Astrologie-Begeisterte, herzlich willkommen zum Ausblick für den April 2019. Und das wird wieder ein dynamischer Monat, ähnlich dem Januar. Die Sonne wird aus dem Widder heraus energiegeladene Aspekte zu den mächtigen kosmischen Playern Saturn und Pluto bilden und die sind schicksalhaft mit der Mondknotenachse verbunden. Genau in diesem Spannungsfeld entfalten sich der Neumond und der Vollmond am Karfreitag, der die Ostertage einläutet. Die Ostersterne sind dieses Jahr tief spirituell und beinhalten ein Heilversprechen. Über die Monatsmitte haben wir einen wunderschönen Glücksaspekt mit Jupiter. Den gibt es dieses Jahr nur genau dreimal und das ist jetzt der erste. Und der lässt natürlich die Frühlingsgefühle, die Lust am Flirt und überhaupt die Lebensfreude sprießen. Und wenn das Sternzeichen Stier beginnt, verbindet sich die Sonne mit dem Uranus und das setzt enorme geistige und kosmische Energien frei. Es ist also richtig was los am Planeten Himmel und für jedes Sternzeichen sind besondere und ausgefallene Konstellationen dabei. Falls ihr eine persönliche Beratung braucht, könnt ihr mich jederzeit kontaktieren, entweder über meine Homepage oder mein Kundentelefon, um einen Termin zu vereinbaren. Die Infos verlinke ich euch hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung. Bevor wir in die Einzelheiten einsteigen, möchte ich euch auch diesmal wieder einladen, an meiner monatlichen Verlosung teilzunehmen und zwar unter allen, die mich durch ein Abo oder indem sie meine Videos teilen unterstützen. Näheres dazu erfahrt ihr auch nochmal im Serviceteil am Ende des Videos. Und aus Anlass der Frühlingsgefühle verlose ich diesmal ein schriftliches Partnerhoroskop. Dabei wird euer Horoskop mit dem eures Partners oder Flirts verglichen. Dann könnt ihr schauen, wo ihr Harmonie und Übereinstimmung habt und welche Aspekte euch herausfordern. Wenn ihr alleinstehend seid und gerade keinen Liebespartner habt oder nicht am Flirten seid, dann sagt mir Bescheid, dann bekommt ihr ein schriftliches Geburtshoroskop für euch oder einen lieben Menschen eurer Wahl. Und hier ist meine Gewinnerin aus der Verlosung vom März. Ein Transithoroskop gewonnen hat Jutta Knark. Herzlichen Glückwunsch, liebe Jutta. Bitte melde dich unter der unten eingeblendeten E-Mail-Adresse bei mir mit deinen Geburtsdaten, damit ich dir das Horoskop erstellen kann. Jetzt wollen wir uns diesen außergewöhnlichen Monat im Einzelnen anschauen. Und hier ist erstmal der Überblick, wo die Planeten jetzt stehen. Die Sonne steht im Widder in der zweiten Dekade. Chiron ebenfalls im Widder, ist jetzt noch ganz am Anfang. In den Fischen haben wir Merkur, Venus und Neptun beieinander stehen. Dann haben wir den Mond im Wassermann zum Start in den Monat und die Lilith steht auch immer noch im Wassermann hier in den letzten Graden. Die geht dann im Mai in die Fische. Nach wie vor stehen Saturn und Pluto im Steinbock. Die stehen jetzt hier in der dritten Dekade und die stehen auf der Mondknotenachse. Das wird diesen Monat sehr wichtig. Der aufsteigende Mondknoten ist hier im Krebs. Der ist jetzt in der dritten Dekade, läuft ja rückwärts durch den Krebs. Den Mars haben wir in den Zwillingen und zwar den ganzen Monat über und der Uranus ist jetzt in den Stier gewandert. Und das erste große Ereignis des Monats ist dann auch gleich der Schicksalsneumond am Freitag, den 5. April um genau 10.50 Uhr. Und den habe ich so genannt, weil er eben in Spannung hier zur Mondknotenachse steht. Und die Mondknoten gelten ja als Schicksalsanzeiger. Sie stehen dafür, welchen Seelenwerk wir im Leben nehmen sollen. Der Neumond fällt mitten ins Zeichen Widder hier auf 15 Grad. Das ist der stärkste Grad eines jeden Zeichens, weil sich dort die Energie in der Mitte konzentriert. Widder symbolisiert den Durchbruch, die Erneuerung und die Kräfte des Frühlings. Gleichzeitig bildet dieser Neumond eine Spannung hier zu Pluto und Saturn und der Mondknotenachse. Und dieser Aspekt wirkt praktisch vom Neumond bis zum Vollmond. Das heißt, dieses Schicksalsthema nimmt weite Strecken ein diesen Monat. Deuten würde ich das so, dass hier die Kräfte der Erneuerung auf die Kräfte der Vergangenheit treffen. Ich habe das ja in meinem Special über den Mondknoten im Krebs schon beschrieben, dass es darum geht, von Vergangenem loszulassen bzw. die Vergangenheit aufzuräumen und zu klären, damit wir frei werden für eine Zukunft mit besseren Leuten oder besseren Chancen. Für manche von uns wird es bedeuten, bestimmte Menschen hinter sich zu lassen, mit denen uns nichts mehr verbindet oder die uns nicht mehr guttun. Für andere wird es bedeuten, die Schatten der eigenen Vergangenheit nochmal anzuschauen, seelisch oder auch ganz praktisch. Ich erlebe in meinem Umfeld, in meiner Praxis, dass zurzeit viele Menschen mit den Konsequenzen ihrer eigenen Handlungen zu tun haben. Und zwar besonders, welche, deren Sternzeichen eben in Spannung hier zu dieser Achse steht. Sei es, dass sie zum Beispiel alte Schulden begleichen müssen, sei es, dass Probleme auftreten, die auf alte Versäumnisse zurückgehen, die man eigentlich verdrängt hatte, sei es, dass Partner aus der Vergangenheit wieder auftauchen und einen herausfordern. Das entspricht den Kräften von Saturn und Pluto, die jetzt am absteigenden Mondknoten stehen. Und wer Single ist und bereit ist, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und daraus zu lernen, hat besondere Chancen, im April ein neues Liebesglück oder sogar den Seelenpartner zu finden. Dieser ganze Themenkomplex wird im April von der Sonne immer wieder aktiviert und zwar eben als erstes am Neumond am 5. April. Und interessant bei diesem Neumond ist, dass gleichzeitig Venus, Merkur und langfristig ja auch Neptun in den Fischen in einem versöhnlichen Aspekt zu dieser Spannung stehen. Und das bedeutet, dass wir mit wichtigen Menschen im Austausch bleiben sollten. Liebevolle Kommunikation und Empathie helfen uns, zu Einsichten und Lösungen zu kommen. Es sollte uns gelingen, uns in unser Gegenüber hineinzuversetzen. Außerdem ist es ein Hinweis auf eine große spirituelle Liebe, die von vielen Menschen empfunden wird und im besten Falle an andere weitergegeben werden kann. Und nicht zuletzt gedeiht dabei auch die romantische Liebe. Ein liebevoller oder zumindest höflicher und respektvoller Umgang miteinander ist diesen Monat sowieso besonders wichtig, denn der Mars steht ja in den Zwillingen. Und das heißt, Gespräche und Diskussionen werden sehr engagiert, um nicht zu sagen leidenschaftlich und hitzig geführt. Mars in den Zwillingen, das bedeutet, dass Gedanken wie Waffen wirken, wenn wir nicht aufpassen. Es kann auch positiv helfen, Probleme mit gedanklicher Schärfe zu durchdringen und zu lösen. Ideal ist diese Konstellation für alle, die schreiben, bloggen, in der Werbung arbeiten, wissenschaftlich arbeiten, eben alles, wofür man gedankliche Kraft und Klarheit braucht. Ist bestimmt auch toll für Comedians, um sich messerscharfe Pointen auszudenken. Zu Neumond bildet der Mars einen positiven Aspekt zu Chiron. Das weist darauf hin, dass die Heilung von seelischen und gesundheitlichen Problemen durch die richtigen Gedanken und Worte angestoßen werden kann. Sagen wir es mal so, die richtigen Worte können heilen, aber die falschen Worte können auch tief verletzen. Da müssen wir achtsam mit umgehen. Vom 8. bis zum 16. April haben wir eine sehr interessante Phase. Da bildet die Sonne ein Trigon zu Jupiter und das ist ein mächtiger Glücksaspekt und toll für gesellige Aktivitäten, Events und Lebenslust. Gleichzeitig intensiviert sich aber auch der Schicksalsaspekt von der Sonne hier zur Mondknotenachse mit Saturn und Pluto. Ich würde das jetzt so deuten, dass jetzt im April eine besondere Gelegenheit ist, Vergangenheitsthemen in Angriff zu nehmen und loszulassen und aufzuräumen. Eventuell auch Fehler der Vergangenheit anzuerkennen und sich selbst zu verzeihen. Denn mit dem Jupiter-Aspekt blicken wir optimistisch in die Zukunft und haben weniger Ängste, uns diesen Prozessen zu stellen und auf neue Leute zuzugehen. Erst kommen die Spannungsaspekte und die zeigen die Herausforderung an, sich den Schatten der Vergangenheit zu stellen, aber zum Schluss wird der Jupiter-Aspekt exakt. Deshalb dürfen wir mit einem glücklichen Ausgang rechnen, wenn wir uns mutig auf diese Heldenreise begeben. Bitte schaut euch doch dazu auch noch mal mein Special über den Mondknoten im Krebs an. Das heißt, finde deine Heimat. Am 17. April geht der Merkur in den Widder und das verändert die gedankliche Energie und verstärkt die Kraft von Mars in den Zwillingen. Unsere Gedanken und Ideen zeichnen sich schärfer ab und in den kommenden drei Wochen müssen wir auch aufpassen, dass Diskussionen nicht an Schärfe zunehmen. Andererseits wird es sicher von vielen als angenehm empfunden, dass fast zwei Monate mit Merkur in den Fischen und vielen nebulösen Aspekten zu Ende gehen. Die allgemeine emotionale Empfindlichkeit und die Tendenz, Worte oder Scherze persönlich zu nehmen, sollten dann langsam nachlassen. Anschließend haben wir dann den Vollmond am 19. April, der in den Zeichen ganz am Ende Widder und Waage stattfindet und am 20. geht dann auch die Venus ins Zeichen Widder. Der Vollmond fällt auf den Karfreitag und läutet die Ostertage ein. Ich weiß nicht, inwiefern für euch Ostern ein wichtiges religiöses Fest ist. Ich bin kein Freund davon, die Leidensgeschichte Jesu Christi zu zelebrieren. Aber dieses Jahr ist Ostern von den Sternen her wirklich sehr spirituell und schicksalhaft und möglicherweise mit einer Heilungsgeschichte verbunden. Vielleicht wisst ihr ja, dass die Osterzeit eng mit den Mondphasen verknüpft ist und auch die Daten von Karneval und der Fastenzeit hängen damit zusammen. Wir hatten dieses Jahr zu Beginn der Fastenzeit am Aschermittwoch am 6. März den spirituellen Neumond. Sechs Wochen später ist immer Ostern und diesmal haben wir am Karfreitag den Vollmond vor Ostern. Außerdem verbinden sich über Ostern Merkur und Venus mit Chiron, was eine Heilungsgeschichte erzählt. Und nicht nur das, über die Ostertage geht auch die Sonne eine Verbindung mit Uranus ein. Das ist eine enorme Erneuerungsenergie. Sozusagen der krönende Abschluss vieler seelischer und spiritueller Prozesse, die mit dem Schicksalsneumond in diesem Monat begonnen haben. Ganz egal, ob man jetzt an die religiöse, christliche Form von Ostern glaubt oder einfach nur die außergewöhnlichen Konstellationen auf sich wirken lassen will, es sind ganz besondere Tage dieses Jahr und es lohnt sich, ihren spirituellen Gehalt auszuschöpfen. Falls ihr gerne pilgert oder vielleicht einen geweihten Ort aufsuchen wollt, sowas wie Lourdes, an dem man besondere Heilkräfte empfindet und empfängt, gibt es wohl dieses Jahr keine bessere Zeitqualität dafür als die Ostertage. Am 20. April passiert aber noch was Wichtiges. Morgens um 10.55 Uhr geht die Sonne dieses Jahr ins Zeichen Stier und steigert unser sinnliches Empfinden und unsere Freude daran, die Annehmlichkeiten des Frühlings auszukosten. Ab den Ostertagen und bis zum Monatsende formen sich dann nochmal zwei sehr interessante Aspekte. Merkur wird ein Trigon zu Jupiter bilden, was genial ist für große Pläne und Hoffnungen für die Zukunft. Gleichzeitig wird aber der Mars in den Zwillingen eine Spannung zum Neptun bilden. Das bedeutet, man sollte in diesen Tagen keine Versprechungen machen, die man nicht halten kann, denn das könnte zu Enttäuschungen führen. Auch wenn ihr für euch selbst Pläne macht, schreibt erstmal alles auf, damit ihr später nochmal drüber nachdenken könnt. Das gilt auch für den Tanz in den Mai. Die Sterne sind super zum Flirten und sehr prickelnd, aber macht nicht jemandem Hoffnungen, die ihr vielleicht gar nicht einlösen wollt. Die gute Nachricht ist, dass am Ende der Jupiter-Aspekt gewinnt. Er wird Anfang Mai exakt. Pläne und Vorhaben und auch Liebesgefühle, die wirklich Substanz haben, bleiben also bestehen und ihr könnt beschwingt in den Mai starten. Über den spirituellen Gehalt des Mai-Tanzes, der auf das alte Göttinnenfest Beltane zurückgeht, erzähle ich euch dann noch was in meinem Livestream. Und wie sich die Konstellationen für die Horoskope der Sternzeichen und Aszendenten auswirken, das erfahrt ihr in meinem langen Video mit den Frühlingssternen für den April. Das waren meine Gedanken zu den Konstellationen im April. Jetzt habe ich noch einige Infos über meinen Service und die Verlosung für euch. Wenn ihr eine persönliche Beratung braucht, könnt ihr mich jederzeit kontaktieren, entweder direkt über meine Homepage oder auf meinem Kundentelefon. Das Kundentelefon ist keine Hotline, sondern da erreicht ihr meine Assistentin, die euch dabei hilft, eine Beratung zu buchen und einen Termin zu vereinbaren. Alle Infos findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Das erste Quartal des Jahres ist jetzt rum, aber auch jetzt lohnt sich weiterhin ein Blick in mein Jahrbuch. Darin könnt ihr einfach alles, was wichtig ist, jederzeit nachschlagen. Vor allem die langfristigen Tendenzen für jedes Sternzeichen, die ich hier auch nicht jeden Monat wiederholen kann und die Geburtstagskinder, die besondere Aspekte empfangen. Und ihr erfahrt, wann die Planeten 2019 das Zeichen wechseln. Die Links zum Bestellen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar Antonias Sterne ist am Freitag, den 29. März um 18.30 Uhr und da könnt ihr mir wieder eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Dann hatte ich einen Termin für den 19. April angedacht, aber das ist ja der Karfreitag und da widme ich mich der Familie und ihr habt vielleicht auch was anderes vor. Ich gebe dann den neuen Termin im nächsten Video oder Livestream bekannt. Und das sind die nächsten Livestream-Termine. Wir machen einen Neumond-Talk am 5. April, das ist dann tatsächlich der Tag des Neumonds, und einen Vollmond-Talk am 18. April am Tag vor dem Ostervollmond und jeweils um 20.30 Uhr. Da verlose ich dann in der Sendung auch wieder eine Live-Beratung und wie ihr teilnehmt, erfahrt ihr auf meiner Homepage. Und jetzt kommen wir zur Verlosung des Monats und ihr könnt diesmal ein schriftliches Partnerhoroskop gewinnen. Das ist wieder ein ganz exklusives Horoskop, was es im Moment online noch nicht zu kaufen gibt. Wann es soweit ist, erfahrt ihr natürlich auf meinen Social Media. Und falls ihr gewinnt, aber gerade keinen Partner oder Flirt habt, bekommt ihr alternativ das schriftliche Geburtshoroskop von mir. Um an der Verlosung teilzunehmen, postet mir bitte hier oder auf Facebook einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal oder teilt meine Videos. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Passend zu den Konstellationen im April möchte ich euch nochmal mein Special über die Mondknoten ans Herz legen. Es heißt, finde deine Heimat. Und meine Videos über den Chiron sind für die Heilungskonstellationen des Monats spannend. Ich wünsche euch eine schöne Osterzeit und alles Gute mit den Sternen.